Weißt du noch, vor all den Jahren, so jung und wild, mit fettigen Haaren, und schon damals hattest du keinen Plan? Nach 13 Jahren ist das nicht anders. Spielst mit Puppen und stehst auf Pandas, doch ne Vision hast du noch immer nicht. Ähm, H, äh, ein Stern, der deinen Namen trägt, der langsam untergeht, und Deutschland sagt Gute Nacht. Weißt du noch zu? Hallo. Ständig dieses Rumgeeier, lässt dich treiben vom Depp aus Bayern. Der Obergrenzer verfolgt dich auch im Schlaf. 200.000. Du kommst selten aus den Hufen, selbst wenn Pfleger um Hilfe rufen, regt sich bei dir nicht so wirklich viel. Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Ein Stern, der freiwillig nicht geht, weil er an seinem Stuhl festlebt und niemals Fehler macht. Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten. Na ja, da gibt es einiges, was man anders machen kann. Zum Beispiel... So, danke schön. Jetzt alle wieder hinsetzen.